Ah, ich muss da hoch. Wie komme ich da hoch? Das ist ein Schreien, da muss ich unbedingt hin. Hi, Soap. Soap. Ich sag Soap. Hi, Soap. So, Bonus-XP beginnt. Vielleicht sollten wir nicht zu nahe gehen. Du musst keine Angst haben. Du bist für mich verbunden. Hey, Heilige Pläne effekten nur Wunderschöne. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, ich habe die Scarecrow draufgedrückt. Ich weiß, dass es da blinkt. Oh, das ist ein Event. Oh, ja. Oh, ja. Oh, 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 Freunde! Bist du da, aber das ist nicht für mein Level gedacht. Wuhuhuhu! Mama! Rote Fläche, rote Fläche ist schlecht, rote Fläche ist schlecht, rote Fläche ist schlecht. Da kommen ja noch mehr! Wenn ich mehr kriege, die schon nicht weg! What the fuck! Wenn ich mir das so tue... Okay, das ist vielleicht ganz leicht übertrieben viel! Ich hätte vielleicht doch auf Range gehen sollen! Das wären irgendwie mehr als weniger, oder? Ah ja, ich mach zuerst einmal die ganzen Vögel weg, die respawnen! Oh Gott, 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 Gott! Okay, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, wo man sich da jetzt schon herwagen sollte! Aber es wären weniger, glaube ich! Ich schieße eigentlich eh nur auf gut Glück! Ja, ich ziele ja gar nicht! Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, ein deutlich anspruchsvolles Diablo! Oh Gott, da ist der Typ wieder! Der macht aber auch Schaden! Gibt nur dafür XP! Ich weiß jetzt schon, dass es alles umsonst sein wird, wenn ich elendlich nicht sterbe! Also, Memo an euch! Wenn ihr euch von Helsing ran wagt, und ihr seht es eine Scarecrow! Nicht ganz zu Beginn! Geht es da später zurück, haut es mir aufs Maul! Aber nicht ganz zu Beginn ist das keine gute Idee! Jetzt könnten das aber auch... Da sind noch penetrante Mistviecher! Also, das wird ein sehr interessantes Let's Play! Vier Stunden später und ich kreite da noch immer im Kreis! Vielleicht kriegt das ja XP... Oh fuck, 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 fuck! Ich muss direkt, ich muss direkt! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaah! Ich glaube, es werden ein bisschen weniger mit der Zeit! Ah, und er kriegt ja auch schon unfassbar viel Schaden von mir! Ich könnte aufhören, diese Mistvögel da zu spawnen! Der soll die Abschrecken nicht holen! Jetzt ist hier ne coolen Trick Und ich kann ihn nicht lesen Zwei Kisten Ich kann nicht einfach Fulos herbeirenen Oh fuck Was macht jeder Hallo Ja es werden subsoziell wenig Oh ich muss mich in eine Richtung ändern Ist eh klar Mir wird schon schwindelig sonst Könnte ein bisschen öfter quitten Das wäre super Okay das könnte jetzt mein Ende sein Da bin ich froh dass ich am Hardcore schon angefangen habe Wenn ich welche Hettotusse will ich ja sofort Hettotusse will ich ja sofort Hettotusse nehmen ja Ich will wenigstens dicke nicht mehr XP für den ganzen Mist hier Das wäre noch nicht weniger Man darf dann nicht hängen bleiben Äh nicht hängen bleiben Jetzt bin ich tot Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hat der Batman gespielt? Haben wir vor wie der Scarecrow So wieder ein bisschen HP gewonnen Das ist ganz schön anstrengender Der HP Parton von Lady Katrina nervt leider hin und wieder Und dass die einfach spawnen nervt auch Ja da an den Seiten mich vor allem Okay zweimal schießen Keine gute Idee Einmal schießen ist absolut ausreichend So wo ist denn der Typ eigentlich ja Ich hab dem ja sicher schon Schaden gemacht Na bitte Ich hab schon 100 HP da Ja Also wir fassen zusammen Das ist wirklich nicht so leicht ja Wer von Diablo gewöhnt ist einfach durchzuwirbeln Das geht hier nicht Also würde wahrscheinlich schon gehen würde ich wirbeln können ja Und vielleicht irgendwie Lifestyle oder sowas haben Aber das habe ich ja alles nicht Sondern ich musste ganz brav Schuss für Schuss muss ich die assisten Und das mache ich natürlich gekonnt wie eh und je Also Schwierigkeitsgrad deutlich über Diablo und Pass of Exile Und ich habe beide gespielt Das ist deutlich intensiver Würde ich jetzt auf jeden Fall Also im Nachhinein sagen Auf normal starten für jemanden der noch keine Ding gespielt hat Keine Oh was war das du in da Hey hallo Für jemand der noch kein Ding gespielt hat Keine Hack'n'Slay Auf jeden Fall auf normal starten Weil das ist schon eher Sehr hohes Niveau Ja Also seht's wie lange ich jetzt da schon dran bin Das sind sicher einige Minuten Ich glaube ich werde ja in die andere Richtung einschlagen Ich werde einschlagen müssen Oh nein, 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 nein kann ich nicht fliehen Nein Oh, verdammt Ja, wir wollen respawn at nearest checkpoint Okay, also Kann man da irgendwie raus? Oh fuck Nein, sag jetzt nicht Ich muss da Nein Okay, Memo mich respawn at nearest checkpoint ist doof Das ist nämlich direkt da Also nochmal weiter Nichts vom Wegen weglaufen Nochmal spawnen Einfach weiter Ist ja auch kein Problem Es war ja ganz leicht bis jetzt Ah, au, 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 au Ich bräuchte Lifestyle Das habe ich 88 Gold jetzt schon gekostet, ja Das ist unfassbar Das sind Mistkröten Uh, dass dieses Feld tickt Okay, da können Sie auch nicht aufpassen Die roten Felder am Boden sind nicht umsonst rot Ja Au Ja, was nutzen wir mal ein ganzes Millie-Gedöns Wenn ich nicht Millie stehen kann, weil es mich umbringen, ne Gott, wie viel spawnen denn da Das ist ja unfassbar Du kriegst echt nicht einmal im Ansatz weg Man kann auch nicht einmal diese Käfig oder was dauernd machen In der Zwischenzeit Ich muss echt auf die, auf meine Tuste da hoffen Ja, witzig Du musst die Healing Potions, was meinst du nicht braucht, ja Also gedacht ist das sicherlich für ein etwas höheres Level als für das, was ich jetzt hier habe Weil das, denke ich, ist schon etwas zu extrem So Guter Tipp übrigens, nicht zu viel in die Landschaft hineinklicken Ich habe das Problem schon einige Male gehabt, dass ich dann wieder irrtümlich einen Gegner anklick, wenn so viele spawnen Klickt lieber weiter weg in die Landschaft Oh Gott, jetzt hat die natürlich in die Gegenrichtung gekreitet Lasst mich da durch, ich bin Arzt Bist du Tepper 200er viele Er hat irgendwer gesehen, wie weit mein Bossgegner ist Er hat wieder 283, der ist ja so gut wie tot, ja Ja und wie geht es euch so, ich hoffe ganz gut Wie viel Viecher da spawnen, Alter, lass mich halt durch, wenigstens Sehr unglaublich Aber wie viele Healing Potions ich schon habe, da kann man Healing Potions verarbeiten, ja Und wenn ich schon Skills hätte, könnte ich dann auch Mana Potions verwenden Aber das brauche ich ja noch nicht Gott, was würde ich für einen Cleave tun hier Ich sehe den Typ ja gar nicht, das ist überhaupt das Beste an der Sache Ha, aber zweimal habe ich ihn jetzt erwischt, ja Die Sau Sobald die Tusse wieder lebt, ja Jetzt sage ich, sie soll Melee machen, dann schauen wir, wie lange die überlebt, ja Ah, schöner Crit Ich würde gerne lesen, was im Twitch-Chat steht, aber ich sage es gleich, ich schaffe es nicht Weil ich bin hier leicht beschäftigt Oder kann man sie im Kampf gar nicht wechseln, das wäre natürlich auch sehr doof Ah, jetzt wäre es da, ja Ich glaube, man kann im Kampf ihre Stans nicht wechseln Was? Schieße auf das Licht? Oh Gott, ich habe, ich habe Chatgesen Nein Schwerer Fehler Das wären mehr als weniger, oder? Ah, ich halte mich super Oh, oh Mach dir endlich tot da, Katrina Wirklich, irgendwer muss ja von uns Schaden machen Ich bin es nicht, ja Achievement unlocked übrigens, ja Wundert mich nicht Ja, wenn es ein Kill-Achievement gibt, muss ich das jetzt langsam dann haben Töte 20 Gegner in der Anfangszone, ja Ja, morgen in der Früh kann ich in den Krankenstand gehen, wegen Krampf im Arm Ich denke schon, dass man da mehr Schaden machen sollte, auf dem Level Hey, dann ist die schwer Da könntest du ruhig mal ein Crit-Man, Freund, ja Auf wie viel ist er? 207, bitte Wir sind über die Hälfte Also leicht, ja Oh, fuck, oh, fuck Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung Ich sehe ihn ja nicht mal Oh, fuck Ah Dreck Dumme Viecher Ich sehe ihn ja nicht mal